Eine zusätzliche Therapie ist der Mikrostrom und durch Mikrostrom wird die Muskulatur angeregt und die Durchblutung der Haut gefördert und durch diese beiden Prozesse kann man sicherstellen, dass die Kollagensynthese steigt und dadurch die Haut verjüngt wird. Diese Mikrostrombehandlung vergleiche ich gerne wie so ein Face Gym und dadurch wird auch die Hautbeschaffenheit viel reiner und klarer.